Was steht denn da auf dem Zettel im Nord? Zeig mir. Geheim Informationen. Freispiele übrigens. Letztens hab ich doch die Dinger reingestippt. Acht Euro. Zehn. Wofür zum Teufel klingelt der denn jetzt? 30. 30 sind die Dinger. 31. 32. 34. Ich schau am nächsten dran. 37. 39. 39. 40. Vielen Dank.